hallo meine lieben freunde willkommen hier zum overwatch update ja leute es wurde heute am mittwoch um 0 uhr ja sozusagen bestätigt also dass das update ab heute runterladbar ist und ja leute es hat gerade mal nur ein paar im b gebrauch das heißt 920 kommen doch was im b war es glaube und ja ist nicht viel und ich muss sagen es ist jetzt ziemlich krass dass wir endlich das ab also das neue system zucken können gruppensuche und gleichzeitig das anerkennungssystem dass wir das zucken können er leute und wir starten direkt mal ein match rein und ja hier ist ja auch noch die wöchentlich 16 stunden endet auch noch diesen 10 ok gut zu wissen ja leute es ist auf jeden fall krass dass wir jetzt endlich ja dass wir jetzt endlich das anerkennungssystem haben und gruppensuche machen können alles machen können und da freue ich mich auf jeden fall richtig drauf leute und ähm so dann nehmen wir uns mal hier ein helden ja die hat jetzt ist auch das ganze system umgestellt wir nehmen mal ja nur montolin reißen alter nice weil die mehr wo er auch geändert wurde auch hier noch mal neu überarbeitet und da ist es auch richtig geil finde ich meine eure nehmert leute ja vom schimpansen und hier haben wir das einmal noch diesen ball hier mit der rakete höchstwahrscheinlich das auch wunders kapselt winstons raum kapsel symbolisieren und dann dass sie von ihm das von hemmen dann die kleine kapsel da haben wir auch das land versteckt noch mal euch gezeigt ja ich habe mich so ein bisschen mal informiert immer um die maps um das ganze update jetzt und deswegen habe ich mir jetzt gedacht man mal hier mal ein bisschen info vielleicht noch mal zu ein paar sachen zeigen hier auf der map versteckt easter eggs irgendwie ist man nicht mehr so schnell wenn wir gerade so ich bin gerade echt nicht so schnell wie ich hier bin ich mir nicht so schnell mal zu machen ich habe ja nicht so schnell alles was 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 irgendwas ist hier ich weiß hier nicht zu hören die macht der zerstörung mann alter warum hat hier machen junger die hielt sich so schnell es gibt sich prigite alter botte wir haben alle schon so eine stufe im bewertung bekommen ja ich sag das jetzt auch zum ersten mal heute zu impfen also der erste meilzeit zwei wochen oder drei wochen mehr drei wochen mehr glauben jetzt bei zwei letztes vorletzte woche hatten wir noch ein natürlich hätte ich nicht machen ist alles möglich wir müssen alle opfer grüßen Oh, Junge, Alter, der nervt, so hat dieser Scheiß Gendee. Nice, Alter, Junkweller, der rasiert hier, der kriegt auf jeden Fall von mir eine Beratung. Und da hat sie ja ruhig gestartet. Ah, ich mach' kann. So, ich geh' wieder heuer da rein. Ah! Muss nach hinten. Hallo? Ja. Ähm. Mhm, ähm, mhm, 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 mhm. Brigitta. Brigitta. Ich geh' aber auch noch in den skin hier, den schön skin. Vielleicht bist du wieder neu. Vor mir kann sich niemand verstecken. Und noch Rüstung für Dich. Verteil ich den Punkt. Gleich koordiniert ab. Mindpoint. Wäre tot. Ich bin tot. Das war's Leute. Verloren. Jo. Also ich hätte mir noch gewünscht hier so ein für den Chat alter ähm. So eins äh ich brauch Verstärkung sowas. Das hätte ich mir noch gewünscht äh. Junge dir nervt alter. Mach mir mal leicht weg. Und noch Rüstung für Dich. So. Oh. Alter da wollte man grad durchgehen und dann auf einmal weg. Kommt alle hierher. Mein Schild sind schaden. Da haben wir immer noch einmal weg. Gibt's in Fall sogar Morgon. Alles da. Da sie gehen alle auf mich. Alle auf mich. Alles. Klar Junge. Als ob ich hier nur einen einzigen Spin mach. Scharfschütze gesichtet. Spür die reißende Kraft. Ja wie soll ich ihnen helfen wenn sie dauernd nicht mehr den Wend nur rumkriechen alter. Ernsthaft alter solche Viecher man. Das haben sie nur verdient alter. Das haben sie nur verdient man. Haben sie echt nur verdient alter wenn sie so Viecher sind die ganze Zeit dahinter durchgreifen ey. Highlight des Spiels. Äh. Fairness. Zusammenspiel. Nö. 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 Ja. Äh. Zusammenspiel. Äh. 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 ja 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 leute auf jeden fall ich hoffe ich habe die folge gefallen ja auf jeden fall leute wir sehen uns dann im nächsten video beim nächsten livestream und bis dahin sage ich viel spaß mit overwatch mit dem neuen system mit dem großen neuen update sage ich mal war nicht für gear war nicht mal 4 mb aber war nicht mal ein gigabyte aber trotzdem ist ein großes update sage ich mal weil die suche geht jetzt einfach viel leichter mit teams und so und ja leute sage ich bis dann viel spaß mit overwatch und wir sehen uns gerechtigkeit vollstrengt